Ich möchte eine musikalische Begrüßung machen, aber leider hat uns die Technik da ein bisschen im Stich gelassen. Sie werden aber anschließend in der Remise noch spielen, also Sie hätten Zeit, diese tolle Band nachher noch anzuhören. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen in Bludens. In Bludens, im Städtle, für dich und mich. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid, trotz des widrigen Klimas, trotz des heftigen Gegenwinds, der uns heute ins Gesicht geblasen hat. Wir vom Team Oberland freuen uns ganz besonders, dass es uns gelungen ist, die Sonntagsdemo nach Bludens zu holen. Die Moderation der heutigen Veranstaltung teilen wir uns. Einen Teil macht der Bertram Müller, bekannt auch als der Kräutermüller aus Bürs. Und Martina Mittelberger, eine bekannte Autorin aus Bludens. Applaus